So, weiter geht's. Neuer Aufnahme-Blog, es ist abends, es ist genau 1.20 Uhr morgens. Es ist kein Scherz, ich komme gerade frisch von der Arbeit. Meine Füße schmerzen, ich habe mich total überanstrengt und musste die ganze Scheiße der anderen Kollegen ausbaden. Wui! Äh. Moment. Tanze auf dem Baumstamm. Ach, Tanze auf dem Baumstamm, okay. Ich hatte eben welche Missionen, habe ich jetzt überhaupt... Wir sind jetzt bei... Ich glaube nicht, dass ich nochmal so viele Sterne auf einmal holen kann. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, wie viele Sterne ich für den zweiten Bowser brauche. Wann das... 35? Wann das... Was ich gar nicht... Ich brauche für den ersten, brauche ich 8. Ich glaube, für den letzten, brauche ich 70. Ich glaube, 40, 30 oder 40. Das war nicht gut, doch. Gott sei Dank, fühlst du den IC-Knopf auf den Controller. Ja, ha, 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 ha. Wow, wo war die... Kamera. Ich hätte mir noch ein paar Münzen mitnehmen sollen. Ah! Und tot. Scheibe! Ich will nicht sterben. Toll. Ich habe noch einen... Ich wollte eigentlich eine Abkurzung nehmen, die man nehmen kann, wenn man halt unbescheidig hier hinkommt. Das kann ich mir ja nun abschminken. Mal gucken, ob wir das richtig schaffen. Wow, 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 oh, das sieht gut aus. Boah, das ding hält nicht auf. Ich dachte, das würde aufhören, wenn ich ganz am Ende wäre... Ach, das rollt so rück sogar. Ja, die Abkürzung ist einfach ganz einfach. Ihr springt auf den Baum, über den Baumstamm in die Lave mit einem Weitsprung. Verbrennt euch zwar einmal den Hintern, kriegt aber den Stern. Aber wenn man natürlich so idiotisch ist wie ich und sich vorher ein paar Mal treffen lässt... Traffen, treffen, troffen... Dann muss man es richtig machen. Das war's, liebe. Danke. Noch einen Kommentar. Hallo. Ich glaube, jetzt kommen wir uns nicht in den Vulkan rein. Lava-Glaguna. Kommt in den Vulkan. Ja, zogen wir doch mal direkt. Ich glaube, jetzt kriege ich aber auch endlich immer noch... Doch, natürlich. Ah! Knapp, jetzt haben wir nämlich hier den gelben Block. Ich glaube, der steht jetzt auch für die andere Mission zur Verfügung. Gerade für die 100 Sterne ist er absolut... 100 Sterne, 100 Münzen, das ist doch unverzichtbar. Auch wenn er mich hier drin nichts bringt. So, wir haben hier, ganz wichtig, zwei Richtungen. Einmal da... Wir haben hier, wir haben hier, wir haben... Wir haben hier die Plattform, und wir können auch einmal hochgehen. Ähm... Was ist was? Es sind zwei verschiedene Sterne. Ich muss sowieso beide machen, also es ist egal. Ich verliess mit dem hier an. Wow! Ich kann die Kamera nicht drehen. Bei dieser Plattform ist es sehr wichtig. Wenn ihr sie verlasst... Ich glaube, keine Ahnung, nach 10 Sekunden oder so lösen sie sich auf. Whee! Everybody flyin' Aber guck mal, gucken wir mal, was das alles auf uns zukommt. Ach so, wir müssen die Plattform wechseln. Hm, hm, hm. Es gibt nichts spannenderes, als die Ruhe vor dem Sturm, ey. Wenn man so sitzt und denkt, was kommt, was kommt, was kommt. Ach so, ich muss hier auf die Stange. Äh... Wir sehen's hier, achtet man drauf. Na gut, das geht natürlich auch. Die können auch einfach mal runterfallen. Einige. Nicht da runter, Mario! Dort. Ah, ich lebe! Na gut, dann nehmen wir vielleicht doch den anderen Weg zuerst. Ihr habt noch gesehen, ey, also die, die genau hin sind. Ich hab versucht, noch runterzunehmen, also mich zu ducken vor der Flamme, aber das war schon zu spät. Nervlich. Vorsicht! Ja! Bei der neuen Version, also bei Mario Galaxy, ist das tödlich, wenn man zerquetscht wird. Das ist wie bei Sonic damals. Opsi. Was heißt damals? Ich glaube, Sonic ist immer noch instant tot, wenn er... Also selbst in... Sonic Colors stirbt, sondern instant. Opsa. Opsa. Äh. Oh Gott, da kann Mario sich festhalten. Das ist etwas, was da schon immer Sonic voraus hat. Ja gut, nicht immer, aber schon lange. Hey, Bully. Hey, Bully. Und Doppelkick. Und Doppelkick. Warum da ist ja hergeschichtlich. So, wenn ihr nicht sicher seid, ob der Controller richtig geht, oder ihr... Zart genug besät, seid hier so in den Gang lang zu den Tabletinen lang. Ihr habt keine Zeit, also nutzt ihr es aus. Das sprechende Teile Tempest, will was sagen. Sie ist so überfältigt, sie kann einfach nicht sagen. Mein Let's Play ist zu spannend. Und wir haben einen Stern. Das andere war dann wahrscheinlich den höchsten Punkt. Was teilweise sehr gut und teilweise sehr scheiße ist für 100 Münzen, weil wenn ihr den mitten in der Fahrrad dann die 100 Münzen zusammenbekommt, dann hängt der Stern auch mitten in der Luft. Gott, wie doof ist denn das eigentlich, wenn er da oben rumhängt? Gewinne bekannt in Höhe. Aber gerne. Ich hab doch nichts Besseres zu tun. Wenn ich mir vorstelle, ist der fette Bowser, der über die ganzen Wege lang rennen musste, um die Sterne da zu verstecken. Hm, einen lege ich da oben hin. Genau. Deshalb stehe ich noch einen Wumpf vor. Das wird Mario bestimmt aufhalten. Und mein schlechtesten Diener stehe ich hier erstmal am Anfang hin, damit Mario in Form kommt. Das ergibt Sinn. Und zweiter Versuch. Oh Mann, glaube ich, ich daran denke, dass ich 120 Sterne holen will. Erstmal gucken, ob ich hier 100 schaffe. Es könnte dir aus sein, dass ich schon vorher den Verstand verliere. Ich weiß, dass die Kamera nicht frei drehbar ist. Ich sehe, glaube ich, aber in Mario Galaxy auch nicht. Das klappt schon mal. Jetzt die Stange. So, und diesmal sind wir vorsichtig, weil wir sehen, die Flamme reicht wirklich nur, das ist nur, wenn wir uns hochstemmen. Hm, hm, hm. Hoppsa. Ha, 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 ha. Ich hatte befeuert, ausgewichen. So, mein lieber Controller, jetzt aber. Und geschafft. Sehr schön. So, Feuerwehr haben wir damit auch. Die, das könnte ich eigentlich im Speedrun am Ende machen. Also, ich habe ja noch keinen Münzstern, also irgendwo 100 Münzen gesammelt. Ich könnte einfach alle aufnehmen und dann einfach schnell hintereinander wegspülen. Hm, die GF-Card ist auch doof. Das Sand-Level ist auch doof. Ich glaube, ich mache als nächstes das Boohoo-Level. Boohoo, wo bist du? Oh, das ist auch doof. Alles doof. Wenn man die ganzen Level schon mal gespielt hat, und ich meine, wirklich zum Erbrechen gespielt hat, dann kennt man jede kleine, ätzende Kleinigkeit. Ah, ich glaube, Boohoo, mit dem kann ich am besten. Du, 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 du. Hallo, Boohoo. Schnauze. Ich habe gelesen, das gehört zu den größten Videospielmythen aller Zeiten, dass man Mario 65 Luigi freischalten kann. Hallo, stirb. Soll sterben. Na also. Hey, cool, du hast eine Stage-Indie. Ah. Komm, Josch, steh vorbei, iss den Käfig, alle tot. Den gib dich auf, Geister, komm nur näher. Was zum Geist, die da nicht auf diesen Schildern? Im Horaus solltest du den Mund geschlossen halten, damit deine Zähne nicht fangst klappern. Mein Gott. Und pass auf die Knie, auf der sonst die Knieschone anziehen, die könnten da aneinanderklappern. Großeligste Stelle aller Zeiten. Nö, nichts. Oh mein Gott, das ist ein erlaubendes Klavier. So gruselig, ich glaube, da war ein Leben. Ah, da war eine rote Münze drunter. Ich wusste, irgendwas war unter dem Ding. Ich habe mich damals so, boah, dermaßen brutal erschreckt. Einmal davon rechnet ja auch, kein Arsch. Au, ich wurde von einem Stuhl getroffen. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erbuhen. Das selber, aber... Ich habe einen Kratzer an der Hand, der tut weh. Puste mal bitte. Ah, sie hat gepustet, ist sie nicht ein Engel. Ist gerade die Blaze angemacht? Jetzt will sie nebenbei spielen, ich packe das nicht. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Jetzt wirst du was, dann wirst du was erbuhen. Ich glaube, dass die S-Missionen noch haben... Ah ne, gut, die Geister sind immer da. Nur jetzt muss ich sie bekämpfen. Hier, ganz wichtig. Schön langsam in Kontrolle drüber gehen. Ah! Ist der Geist gerade mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Hallo, lieber Geist. Ah, hat funktioniert, wie geil. Münze, nein! Keine Lust, da runterzufallen. Ah, der kann ja nicht rüber. Der kann sich nicht selbst in den Abgrund befördern. Soviel zum Fliegen, nicht wahr? Boah, du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du büßen. Buhusen. Was du mit meinen Geschwistern Angel Buhut hast. Ups, da hat nicht runterfallen jetzt. So, und hier haben wir den großen Bruder. Großer Bruder, du warst immer da. Wenn ich mal jetzt genau nimmst, sind die alle schon tot. Also viel Schlimmes kann ich die nicht mehr antun. Und tot. Seid ihr, das meine ich, tot? Hm? Oh mein Gott, da geht ein Schöp hoch. Ah, wie angenehm. Ich hab so keinen Bock auf 100 Sterne. Äh, 100 Münzen in diesem Level. Ah, die mach ich eh nicht gerne. Ich werd einfach durchgehend am PC einladen und eben zwingen, die ganzen 100 Münzen zu sammeln. Au. Auf mich zu töten. Nein, nein, nein. Ich würde gerne vorher noch ein paar Münzen einsammeln. So, jetzt kann ich gerne wieder dran verschwinden. Das ist die nächste Mission. Noch nicht 8.00 Uhr. Ich glaub, das war immer die dritte oder so. Versuche Big Booth's Karussell. Aber noch näher. Wuhu! Abwärts. Danke. Absprung. Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade. Deswegen sag ich auch gar nichts. Ähm. Hör, wo du Dings kannst du nichts sagen. Toll, LTF. Ähm. Was der schnellste Stelle in diesem Spiel ist? Welcher geht wirklich am allerschnellsten? Mal abgesehen von König Bombomb. Hm. Die Rutsche. Genau, im Eislevel. Wow. Wow. Ach so, die Peach-Rutsche. Natürlich, das geht auch sehr schnell. Wenn man es denn beherrscht. Wow. Und wir merken uns das mal direkt für 100 Münzen. Weil wir haben jetzt allein nur dadurch 25 Münzen. Also fehlen nur noch... Na, na, na. Na, ihr könnt ja auch nicht rechnen. 75. Uh. Oh mein Gott, du kommst noch nicht so nah ran. Ich will doch nicht geprügelt werden. Ich will dich auch nur umbringen. Ich will den goldenen Stern. Sie versucht mich auszuschalten. Mit dem Messer geht es besser. Wisst ihr, wenn ihr eine Frau habt wie die, dann seid ihr tot. So, es war Stein Nummer 24. Erst 24? Ich dachte, ich hätte schon 25. Hm. Die, 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 die. Was kommt das denn an? Die müssen wir uns hören. Ey. Boho. Boho. Mach Baba oder du machst Rebe. War das nicht das geilste Wortspiel ever? Löse das Büchereiret. Das kriege ich hin. Dum, 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 dum. Au, 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 mein Fuß tut weh. Ja, das war der beste Desperate-Account aller Zeiten. Mein Fuß tut weh. Wo war eigentlich der blaue Schalterpalast? Achso, den hätte ich längst holen können. War aber ein Loch. Hm, ich muss gerade überlegen, wo, wo war der grüne und wo war der blaue? Das hier fand ich damals. Das kann ich noch aus dem, aus dem Werbevideo von Nintendo. Das fand ich so gruselig hier mit der Bücherei. Richtig. Auch richtig. Und komplett richtig. Dü, 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 dü. Einmal aufgehen und wir holen uns den Stern. Ich glaube, Tyler Tempestri hat sich wirklich schon Eiszapfen in der Nase. Sie konnte sich aber auch nicht Title Heizkissen nennen. Sie muss sich Title Tempest nennen. Löses Bucherei, Rätsel, Null Münzen. Immer noch nicht. Dachte ich, ich bin schon zur Pause. Achso, wir können hier übrigens sehen, dass uns zählt. Bombenburg, Wuchtwall, Bombenberg. Lava Lagoon, alle. Big Boos Burg. Also alle Welten, die wir bisher betreten, haben wir auch komplett sechs Sterne geholt. Das mag ich. Gut, dann machen wir hier einen Schnitt und wir sehen uns nie wieder.